Obwohl ich immer zu früh da bin, ist der vor mir im Hörsaal. Vielleicht sticht er mir deshalb ins Auge, aber manche Leute fallen selbst in der Menge auf. Normal ist der definitiv nicht. Es liegt nicht nur an seinen Klamotten. Er benimmt sich, als ob er sich in seinem eigenen Film befindet. Also, ciao bis morgen. Ich komme heute Abend auch zur Party. Ja, perfekt. Bindet sich hier beim Lounge Hochschulleben ein. Ja, Sachen gibt's. Bis später. Bis später. Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt noch studiere. Sowieso in der Wirtschaftslage und Online-Medien, das macht doch sowieso jeder. Ich sollte meine Energie wirklich lieber in die Felle stecken. Aber zurzeit finde ich einfach nichts mehr. Hey, Friedrich, ich folge da wieder eine Party. Alles gut, ich darf jetzt. Fress bitte einfach nicht. Raus jetzt. Ich hab was Besseres zu tun. Fass mich nicht an, hey. Also, klar, einfach in dein Zimmer. Ich hab was Besseres zu tun. Habe ich was Besseres zu tun? Ja, ich such mir jetzt einen eigenen Teil. Diese Stadt ist trügerisch, denn unter der Oberfläche brodelt es. Egal wie friedlich sie nach außen hin wirkt, jeder hat etwas zu verbergen. Die Frage ist nur, wo. Manchmal muss man eben ganz genau hinsehen. Ein geklauter Goldfisch? In dieser Stadt könnte das fast jeder gewesen sein. Moment mal. Der Pimp! Ich bin nicht so der Party-Mensch. Ich bin auch heute nur Fahrer. Aber danke für die Einladung. Ja, ja. Geile Party. Du hast ein Bier. Ich muss mich mal um meinen Goldfisch kümmern. Mark! Okay. Wer hat meinen fucking Goldfisch? Der Deliktiv. Friedrich! Ich geh meinen Goldfisch wieder. Bleib stehen! Ich bin nicht so der Windisch. Ich geh mich noch an. Ich habe immer noch ein Bier. In dem Rätsel zu fangen. Dann bin ich mal- Das war eine knappe Sache, aber ein Profi wie mich schlägt man eben nicht so leicht. Jetzt kann ich diesen Fall endlich abschließen und den Goldfish seinem rechtmäßigen Besitzer zurückbringen. Und jetzt Richard, komm mal, ja. Komm, fahr los! Was? Was machen wir hier? Sonnen, oder? Weil das kann er ja nicht filmen. Ey! Warum hab ich da reingesagt? Sagst du reingesagt? Nein, nein, eben Spaß! Ich kann rasch fliegen, Alter, ich schwör. Ich bin so ein Fahrer, aber Party-Mensch auch. Brumm, 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 Brumm. Vielen Dank.